Wenn man Klimaschutz ernst nimmt, dann muss man eigentlich nur darüber nachdenken, wo wir die erneuerbaren Energien speichern können. Das ist auf der einen Seite die Batterie für batterieelektrische Antriebe, aber da gibt es noch ganz spannende Entwicklungen. Eines davon ist zum Beispiel E-Fuels, wo CO2 wieder gebunden wird in einen synthetischen Treibstoff unter Zuhilfenahme von Wasserstoff. Und gerade diese Themen, die muss man mitdenken, wenn man Klimaschutz auch wirklich ernst nimmt. E-Fuels